Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video, wir schauen das neue Video von Rezo rein. TikTok sagt, warum du in die Hölle kommst. Schau mal rein, warum wir das tun. Ey, du, sag mal, hörst du gerne Taylor Swift oder Beyoncé oder Sam Smith oder Kendrick Lamar, falls du von denen mal... Ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Ich habe auch schon häufiger von Bekannten gehört, dass wohl in den Liedern von diesen Artists Symbole eingebettet sind, die etwas mit dem Teufel zu tun haben. Bro, okay. Wenn du Songs gehört hast, dann musst du dir leider etwas mitteilen. Du hörst dämonische Musik und bist auf den Teufel reingefallen. Also das schockt mich gar nicht, das Ding ist, ich habe das im Real Life aber schon von Leuten gehört. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Christen-Talk, Christ-Talk, Christen auf TikTok. Ich bin nämlich mal so durch TikTok geswiped und da war plötzlich dieses TikTok auf meiner For You-Page. Hey, dieses Video ist für jenen, der mit Homosexualität struggelt und der davon frei werden will. Hm, weiß ich jetzt nicht. Bro. Also ich weiß nicht, was das immer für ein Bashing ist. Das ist so unnötig. Bro, ne? Wenn du mit Homosexualität struggelst und davon frei werden bist, dann bitte doch das mit mir. Jesus. Ich weiß wirklich nicht, ob Jesus... Vor allem ist das halt jetzt wieder ernst gemeint. Also manchmal... Jesus, die Zeit dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass du gay bist. Ich bitte dich. Füll mich. Bombastischer... Füll mich. Füll mich. Also für jemanden, der sich gerade von... Bombastischer Zeitung. ...freimachen will, ist das maybe nicht die beste Wortwahl gerade. Jetzt könnte man ja denken, ja, vielleicht ist das ja nur ein wackes TikTok. Vielleicht macht dieser Torik ja sonst bessere Sachen. Freunde, 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 können wir einfach mal ganz ehrlich miteinander... Vor allem... Ach, Junge. Ich weiß nicht. TikTok, ich habe so ein angespanntes Hätnis. So TikTok generell. Also ich finde ja ein paar lustige Videos und so. Sehr lustig, kann man sich geben. Aber sobald gefühlt Leute irgendwie ihre Meinungen kundtun, ist gefühlt 80% von TikTok einfach nur Trash und irgendwas, was man sich nicht gönnen sollte. Wir alle wissen, dass die LGBT-Community unter dem Namen von Toleranz und Akzeptanz die Jugend indoktriniert mit Unwahrheiten, welche gottlose Gesinnungen hervorrufen. Torik. Ich kann dir objektiv sagen, dass Lügen ist nicht richtig, Stehlen ist nicht richtig, Homosexualität ist nicht richtig, Pädophilie ist nicht richtig und Juden zu töten ist auch nicht richtig. Digga, wie ist das eskaliert? Also, wie, Digga? Er ist auch ein gerechter Gott. Er muss Ungerechtigkeit bestrafen. Er muss Menschen bestrafen wie Hitler. Er muss Menschen bestrafen wie Stardin. Er muss Menschen bestrafen wie dich. Yo, Digga, ich hab gar nichts gemacht. Junge, warum gibt es so ein Content auf TikTok? Warum? Wie kann ich denn die dritte Person in dieser Aufzählung sein? Ist es wirklich angemessen? Es stimmt halt. Hä? Geh, ich geh mir doch nochmal kurz rein. Er muss Menschen bestrafen wie dich. Yo, Digga, ich... Was hab ich getan? Also, wenn ich mir so ein TikTok gönne, ist mein Gehirn schon so abgestumpft, dass ich mir denke, was ist das für ein Trash? Und dann swipe ich es weg und im Zweifelsfall kriege ich noch, interessiert mich nicht oder blockt diese Person. Aber warum geht das so gegen mich? Vor allem, was will er damit bezwecken? Soll dann jemand das liken und followen oder was? Ich hab gar nichts gemacht. Wie kann ich denn die dritte Person in dieser Aufzählung sein? Ist es wirklich angemessen, dass ich dahin gehöre? Yo, ich... Instant Zuschauer-Bashing. Ich mach grad eine Liste von Leuten, die bestraft werden sollen. Wer fällt dir da ein? Also, durch Stalin sind viele Millionen Menschen gestorben. Der sollte auf jeden Fall drauf. Ja, den schreib ich auf jeden Fall auf. Aber wer sonst noch? Ja, und Adolf fällt mir natürlich direkt ein. Der hat einen Weltkrieg gestartet und literally Einrichtungen gebaut, um möglichst viele unschuldige Menschen zu töten. Ja, okay. Der sollte auf jeden Fall auch bestraft werden. Wer fällt dir sonst noch? Und du. Bitte was? Du musst bestraft werden. Bro, so. Also, wegen deines Homo-Shits. Ey, gucken wir uns einfach mal ein anderes TikTok an. Von wem anders? Es sind ja nicht alle christlichen TikToks. Also, das Ding ist, manchmal wünsche ich mir einfach, dass ich in so einer Simulation lebe und das einfach nur nicht real ist. Aber das ist halt scheinbar einfach real. Zumindest das, was ich wahrgenommen habe. Und es gibt wirklich Menschen, die so denken. Und dieses Gedankengang ist einfach so widerlich, gefährlich und falsch. So. Also, da gönne ich mir lieber sowas. Sehr kleine Schrift. Da steht, Is that what you call men these days? Oh mein Gott, okay. Ich habe gar nicht gesehen, dass das so eine kleine Fitzelschrift mit am Start ist. Also, ich gönne mir tausendmal lieber Elevator Boys als Wrist Talk oder wie das heißt. Da mag jemand die Elevator Boys nicht. Das sind ja wohl keine echten Männer. Das Ding ist halt, also, wie gesagt, ich kenne über Bekannte Leute, die auch, also, ich habe jetzt mit diesen Leuten nichts zu tun, aber ich kenne Leute, die sehr fundamentalistisch christlich sind, die das extrem ausleben, die auch permanent versuchen, einen zu überzeugen, sagen, dass du in die Hölle kommst, literally, weil du nicht in ihrem Glauben angehörst. Junge, ich habe es inzwischen aufgegeben, mit solchen Leuten zu diskutieren, weil ich es mal probiert habe, mehrfach, und es hat nichts gebracht und seitdem versuche ich, mich da zurückzuziehen, aber wenn die einfach ihren Stuff so auf TikTok rausballern, oder es irgendwelche kleinen Kinder sich gönnen, die das halt nicht hinterfragen, nicht kritisch einordnen, es ist halt wirklich richtig gefährlich, sowas. Klar. Because for me, these are the real men. Was ist das, Alter? Ist das so eine Aussage? Das sind Kreuzritter. Was habe ich gerade gesehen? Ganz kurz, für die Leute, die nicht wissen, was die Kreuzzüge waren, also, da sind bewaffnete Christen, mal eben so durch andere Länder gezogen, aber einfach, ja, halt Leute umgebracht, literally. Da haben ziemlich grausam viele Muslime und Juden getötet. Bist du dir sicher, dass das die real men sind? Also, ich wusste nicht, dass das so ein Ding ist, wo manche Leute so... Wir sind drei Minuten im Video und ich bin schon komplett getriggert. Perfekter Start ins Video, oder? Proud drauf sind. Also, ich meine, da sind sehr viele unschuldige Leute gestorben, weil der Papst basically gesagt hat, mach das, weil Gott hat das gesagt. Also, eigentlich sollte das ja eher ein Beispiel dafür sein, dass wenn irgendwer behauptet, er wüsste, was Gottes Wille ist, dass man dann erstmal sagt, nee, nee, ich denke da nochmal drüber nach. Ey, aber weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht habe ich noch nicht den Real Man in mir gefunden, der mit Waffen in andere Länder zun möchte, um Leute zu killen. Vielleicht fehlt mir dieses, diese männliche Energie einfach. Apropos Männer. Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben, ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Gott will, dass Männer wie Männer und Frauen wie Frauen aussehen. Männer sollten kurze Haare haben und Frauen sollten lange Haare haben. Okay, das heißt, Was mich halt irgendwie persönlich auch, sage ich mal, ein bisschen triggert ist, Christentum gibt es ja auch relativ liberal. Also Leute, die einfach ihre Religion ausleben und andere Leute nicht judgen, in Ruhe lassen damit. Bin ich komplett fein, wenn man seine eigene Religion für sich ausleben will und dabei niemandem schadet oder jemandem diskriminiert ist. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber es gibt halt wirklich so Leute, die sich richtig aufzwängen, jedes einzelne Wort aus der Bibel, aus irgendwelchen Bibeltexten eins zu eins zu lesen und meinen, okay, es ist literally eins zu eins genau so passiert und nicht anders und es ist einfach Wahrheit. Und, also, ich weiß nicht, warum scheinbar gefühlt nichts hinterfragt wird, von wem die Bibel geschrieben wurde. Ja, offensichtlich scheinbar von Gott oder Gottes Gesandten. Warum diese Texte entstanden sind, in welcher Zeit sie entstanden sind, unter welchen Einflüssen sie entstanden sind. Ganz, ganz, ganz belastendes Thema. Und, wie gesagt, ich habe mich privat auch schon ziemlich auseinandergesetzt. Jetzt nicht mit den Texten per se, sondern eher mit Leuten, die mir unbedingt die Religion aufdrücken wollten und mir gesagt haben, dass ich in die Hölle komme. Und dementsprechend reagiere ich da vielleicht ein bisschen empfindlich. Wenn ihr kurze Haare haben oder Männer, die lange Haare haben, dann seid ihr jetzt schon ein Gräuel. Das ist natürlich ungünstig. Ja, also ich komme scheinbar instant in die Hölle. Also auch so, wie ich jetzt rausgehört habe, ist bei mir der Zug schon abgefahren. Männer sollen Hosen tragen, Frauen sollen Rücke tragen. Also Frauen dürfen keine Hosen tragen und Männer müssen Hosen tragen. Ich kann das total nachvollziehen. Also wenn ein Mann keine Hose tragen würde, dann wäre er einfach gottlos. Also dann würde er ja nicht zu Gott gefunden haben und hätte vielleicht gar nicht so die wirklich... Dieser Sound dazu. Perfekt. Ja. True. Einfach true. Ich leere von Jesus verstanden, wenn er keine Hosen tragen würde. Bruder, ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt beibringen soll. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Jesus keine Hosen anhatte. Damals war das relativ üblich, dass alle Leute so Kleider getragen haben. Deswegen hat er auch halt ein basically Kleid getragen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Gräuel war. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es geht so Leuten wirklich einfach darum, so den eigenen Modestil auf Leute zu forcen. Aber das ist halt ein besseres Argument, wenn du sagst, Gott will das so. Ey, imagine dir... Also ich kann generell niemanden verstehen, der jemand anderen unbedingt dazu forsten muss, etwas zu tun, aufgrund seiner eigenen Überzeugung. Ich kann verstehen, dass man anderen sagt, Bro, das geht so nicht, weil das einfach nicht so geht, weil du anderen damit schadest, weil du anderen damit wehtust, sie verletzt, was auch immer. Aber bei solchen christlichen oder generell religiösen Geschichten kann ich das überhaupt gar nicht nachvollziehen, Alter. Ist ein Fashion-Stil so wichtig, dass du Gott dafür benutzt, dass Leute diesen Fashion-Stil nachgehen sollen? Ich meine, imagine, ich würde jetzt einfach sagen so, Gott möchte, dass ihr alle Spark tragt. Das möchte der Herr so. Ich meine, das wäre doch nicht okay. Ich kann doch nicht einen Gott dafür benutzen, dass du die Kleidung trägst, die ich gern an dir sehen würde. Weiß ich nicht, Digga. Finde ich ganz weird. Okay, das ist... Okay, das TikTok klingt schon sehr interessant an. Offensichtlich wieder eins von diesen TikToks, wo gezeigt wird, das sind nicht die real men, das sind die real men oder das sind nicht die richtigen Christen, sondern das sind die richtigen Christen. Okay, er ist schon mal kein richtiger Christ. Okay, Leute, die feiern sind auch keine richtigen Christen. Einfach generic stock image von irgendeinem Holy Festival. Christen. Okay. Leute, die Bier trinken, sind keine richtigen Christen. Die rauchen sind auch keine richtigen Christen. Und die flüstern. Flüstern. Lästern. Trashtalken. Gossip. Ist es Gossip? Gossip. Gossip. Also wenn es um Trashtalk geht, dann ist der zweite Zug auch schon abgefahren. Komm, ich nicht in die Hölle. Also wenn du so lästerst, bist du auch kein richtiger Christ. Was sind denn die richtigen Christen? Braucht man Waffen und Flecktarn als richtiger Christ? Boah, belastend. Absolut belastend. Hä, wir haben überhaupt gar keinen Flecktarn in meinem Konfirmandenunterricht gehabt? Ey, ganz, ganz kurz an der Stelle. Ich bin ja nicht so richtig gläubig, aber ihr wisst so, meine Eltern, Pfarrer... Genau, das habe ich mitbekommen als so Christ... Äh... Klar, aber ich... Riesel kommt aus einer ziemlich christlichen Familie. Und ich kann es auch schon mal vorwegnehmen. Vielleicht hat man es schon rausgehört. Ich bin jetzt auch nicht wirklich gläubig. Zumindest würde ich mich keiner Religion angehörig fühlen oder das zumindest beschreiben. Ja, ich denke, wenn man einen passenden moralischen Kompass hat, ist das schon in Ordnung, dass man, wenn man einfach moralisch lebt, andere würden dann sagen, ich komme in die Hölle. Meinetwegen. Also wenn ich mit einem... Für mich in Ordnung ein moralisches Kompass in die Hölle komme, dann habe ich es wohl verdient. Aber dann kann ich zumindest mit Stolz dahin gehen. Ähm, ja. Ganz belastend jedenfalls. Opa-Pfarrer, mehrere Tannen und Onkel-Pfarrer. Ich komme aus einer christlichen Pfarrersippe. Deswegen möchte ich ganz kurz was zu diesen Leuten sagen, die Kreuzritter als echte Män und echte Christen ansehen und Leute mit Waffen und Soldaten als die wahren Christen ansehen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, diesen Leuten ihre eigene Religion zu erklären. Jesus war ziemlich das Gegenteil von einem Ritter oder einem Soldaten. Der Dude wird in erster Linie als Lamm dargestellt, als Babyschaf. Das ist ein Babyschaf. Nicht als starker, großer Krieger mit Muskeln und Schwert. Es gibt eine Story in der Bibel. Ich bin ganz dankbar drüber, dass Riso jetzt ein bisschen Aufklärung übernimmt. Also ihm spreche ich die Kompetenz zu, weil er auch damit aufgewachsen ist. Zumindest mit den Ideen des Christentums. Da sind die Anhänger von Jesus und die sagen so, ey, wer von uns wird im Himmel wohl die krassere Rolle bekommen, weil wir alle so geil gläubig sind? Wer hat da irgendwie die coolere Powerposition? Und Jesus hat dazu nicht gesagt so, ey Leute, mach mal halflang. Ich bin hier der Krassere, ne? Sondern er hat stattdessen angefangen, den anderen, die da am Diskutieren waren, die Füße zu waschen. Eine Geste, die zeigt, dass man kein Herrscher, sondern ein Diener ist. Denn erster im Himmel sind nicht diejenigen, die Waffen glorifizieren und herrschen und in Kriege ziehen, sondern diejenigen, die anderen Leuten dienen. Anderes Beispiel, als Jesus gefangen genommen wurde und Petrus ihn verteidigen wollte. Das Problem, was ich da sehe, ist, ich glaube, ich bin da nicht so deep drin in dieser ganzen Bibel-Lore, aber es gibt, glaube ich, auch widersprüchliche Aussagen, so wie ich das zumindest mitbekommen habe, in diesen Bibeltexten oder generell in religiösen Texten gibt es halt widersprüchliche Aussagen und dann beginnt halt das Cherrypicking, die Leute fangen an, sich die Aussagen rauszupicken, die sie geil finden, die für sie taugen, wo sie sagen, okay, daran möchte ich glauben und ignorieren dann mal gekonnt den Rest, der da auch noch mit drin steht und ja, keine Ahnung, das ist dann halt die einzig wahre Wahrheit für diese Menschen und du kommst in die Hölle, wenn du nicht dran glaubst oder dich bekennst und teilweise irgendwelchen Sekten-ähnlichen Gruppierungen beitrittst, also wie gesagt, ich habe Bekannte über Bekannte, ich habe mit diesen Menschen nichts zu tun, aber ich weiß, dass sie in fragwürdigen Organisationen unterwegs sind und mir ihre Sachen aufdrücken wollten, ja, ich habe jetzt auch vor den letzten fünf Jahren nichts mehr von ihnen gehört, also dementsprechend bin ich da ganz gut rausgekommen. Mit so einem basically kleinen Schwert hat da Jesus gesagt, these are real men? Nee, er hat gesagt, Digga, lass mal stecken, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Anderes Beispiel, als Jesus durch die Wüste gelaufen ist, da kam der Teufel und hat gesagt so, ey, ich gebe dir alles, was du willst, ich gebe dir Macht und Stärke und Soldaten und Armeen, du kannst großer Herrscher sein und was hat Jesus da gesagt? Er hat gesagt, yo, Teufel, ich weiß nicht, wie er ihn angesprochen hat, er hat gesagt, ich fühle es nicht. Er wollte diese also ich fühle Jesus seine Aussagen bisher voll und ganz. Weltliche Macht nicht haben. Er wollte nicht König sein und herrschen und regieren, denn mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also weltliche Macht und Stärke, Muskeln, Waffen, Soldaten oder im abstrakteren Sinne dann politische Macht und so sind keine christlichen Werte. Also wirklich, wer an Kreuzritter und Soldaten denkt, wenn er an Christen denkt, der hat doch im Kern Christentum nicht verstanden. Okay, genug. Das war jetzt meine kleine Nachhilfe für die Leute, die Jesus nicht verstanden haben. Lass uns gerne das nächste TikTok gucken. Hey, Jesus ruft an. Okay, hör ihm ein bisschen zu. Sag mir nicht, da kommt jetzt irgend so ein verkleideter Jesus, Dude, und gibt dir irgendwelche weirden Takes. Ja? Ich weiß, wie du dich fühlst. Okay, noch besser. Okay. Du denkst, dass du schwach bist und nie deine Angst überwindest. Okay, weiß ich. Was ist das für ein Voice-Over auch, ey? Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, es tut weh, wenn du einsam bist. Ich bin gar nicht so einsam. Ich fühle es auch. Andere sehen nicht, wie viel du wert bist. Tun sie nicht? Seit wann? Ich starb und bin auferstanden, um dein Leben zu verändern. Ich weiß nicht, ob mir das gut tut. Ey, aber Spaß beiseite. Ich finde es gar nicht so kacke. Also ich glaube, das ist so zeitgenössische Art, wie man... Ah, dann blickt mir gleich da. Leuten, denen ist vielleicht wirklich nicht so... Gehen wir nochmal in die Aussagen rein. Tun sie nicht? Ich bin gar nicht so einsam. Ich fühle es auch. Nicht. Ich weiß, wie deine Angst du dich fühlst. Also ich war gerade gar nicht ganz dabei. Schauen wir mal. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ja, es ist halt schon weird. Also, von der ersten Aussage her finde ich es persönlich einfach schon weird. Okay. Du denkst, dass du schwach bist und nie deine Angst überwindest. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, es tut weh, wenn du einsam bist. Ich bin gar nicht so einsam. Ich fühle es auch. Andere sehen nicht, wie viel du wert bist. Tun sie nicht? Ja. Also, vielleicht ist es wirklich nicht ganz so schlimm. Weil es potenziell vielleicht schon menschenhilft. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Frage über die Aussagen im folgenden Verlauf. Aber ich finde es persönlich, nee, ich finde es einfach weird. Sehr weird. Seit wann? Ich starb und bin auferstanden, um dein Leben zu verändern. Und es ist auch sehr abstrakt irgendwie. Ich weiß nicht, ob mir das gut tut. Ey, aber Spaß beiseite. Ich finde es gar nicht so kacke. Also, ich glaube, das ist so zeitgenössische Also, besser als das, was ich bisher vorhin gesehen habe. Art, wie man Leuten, denen es vielleicht wirklich nicht so gut geht, Kraft geben kann. Ich glaube, das tut actually Leuten gut. Ich finde es halt nur funny, für Leute, denen es jetzt nicht so schlecht geht, halt dann von Jesus gedisst zu werden. Hat auch was. Okay, gucken wir das nächste TikTok. Oh Junge, was ist das schon wieder für ein Content, Alter. Will mir das TikTok sagen, dass Marilyn Monroe gestorben ist, weil sie gesagt hat, dass sie Jesus nicht braucht? Sie wäre sonst bis heute noch am Leben. Sicherlich. Not even God can sink the Titanic. Ja, wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Aber warte, 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 hold on. Will mir das TikTok wirklich sagen, weil ein Typ, was gesagt hat, was Gott nicht gepasst hat, hat Gott tausende Leute umgebracht, die damit ja gar nichts zu tun hatten. Stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Zug und dann entgleist der Zug, weil Gott das so wollte und dann sterben ganz viele Leute und eure Familie trauert und es sind hunderte Menschen tot, tausende Leben sind zerstört von auch den Angehörigen. Es ist ein riesiges Drama und dann kommst du in den Himmel und sagst so, Gott, warum bin ich gestorben? Und dann sagt der so, Digga, ich habe euch alle gekillt, ist mir voll auf den Sack gegangen. Und dann sagst du, warum, was ist dir denn auf den Sack gegangen? Und dann sagt der so, eine Woche vorher hat der Schaffner was gesagt, das hat mir nicht gepasst. Das wäre echt wack, Alter. Was ist das für ein Gottesbild, Digga? Gott hat Mac Miller getötet, weil Ariana Grande was gemacht hat, was ihm nicht gepasst hat? Wirklich? Hey, das ist doch... Also, es nimmt ganz, 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 ganz komische Züge an, was die Leute für Schlussfolgerungen ziehen aus dem Nichts. Geschmacklos. Also, mindestens Mac Miller gegenüber, aber ich finde auch eurem Gott gegenüber. Gott lässt sich nicht spotten? Ja, ich habe es auch fast gedacht, aber ich meinte wahrscheinlich spotten, oder? Ah, spotten. Ich dachte gerade, dass Gott so... Er zeigt sie einfach nicht, der lässt sich die spotten. Krass ist, dass der im Gym sich nicht spotten lässt. Also, spotten heißt ja, dass wenn... Oh mein Gott, ganz andere Perspektive. Ja gut, als Support-Mensch halt hinter der Hand. Wenn du irgendwie Bankdrücken machst, dass jemand von hinten steht und wenn du es nicht mehr schaffst, dann greift er rein und zieht das Gewicht so hoch, damit du nicht erdrückt wirst von dem Gewicht, was du nicht mehr hochkriegst. Aber Gott, der lässt sich nicht spotten. Digga, der geht ins Gym rein, 400 Kilo, Bankdrücken, die Leute so, ey Gott, sollen wir dich nicht spotten? Und der so, nee, Digga, ihr kennt das, ihr wisst die Regel. Gott lässt sich nicht spotten. Es war nur ein Missverständnis, er lässt sich nicht spotten. Er tötet tausende Menschen, wenn jemand gespottet hat. Denn wenn du spottest, tötet er dich, deinen Boyfriend oder tausende Leute, die mit dir auf einem Schiff sind. Klingt nach einem entspannten Geisel, ne? Wie gut kennst du das Christentum? Part 1. Digga, ich bin on. Okay, schauen wir mal. Feier. In welchem... Okay, nee, da bin ich komplett raus. Keine Ahnung. Ich sag mal 30. In welchem Alter ist Jesus am Kreuz gestorben? 30, 39 oder 33? Ich sag... 33. 39 ist zu alt und 30... Ja, ich glaub, früher ist man einfach nicht so alt geworden. Ich hoffe, dass es eine legitere Auflösung gibt. Hier ist zu glatt. Ja, stimmt mit der Argumentation, Research schon recht. Digga, Jesus am Start. Welcher der Jünger hat Jesus verraten? Ja. B, oder? A, Petrus, B, Judas, C, Matthäus. Ist klar. Judas, Digga. Judas. Ey, aber so was sind doch auch harmlose TikToks. Das kann man auch mehr machen. Einfach so ein... Ja, das fand ich in Ordnung. Also, wenn danach keine fragwürdige Aussage kommt. Dein ist ein nettes Quiz nebenher. Das tut doch niemandem weh. Das ist doch nicht asozial. Guck mal, da wurde auch gar nicht jetzt Leuten eingeredet, dass das, was die in ihrer Freizeit machen, irgendwie schlecht oder sündevoll ist. So wie in unserem nächsten Beispiel. Oh nein. Es gibt hier nämlich eine, die hat keinen Bock auf, ich sag mal, dämonische Sachen. Und die klärt halt dann auch darüber auf, was die dämonischen Sachen so sind. Also, hier sind gängige Dinge, die Dämonen, die Türen öffnen. Das ist ein hartes Pass. Absolut nicht. Also, wir haben dabei Sex vor der Ehe. Es wird einfach irgendwas... Die Leute, ich hab das Gefühl, die wollen sich das Recht herausnehmen, anderen Leuten zu diktieren, was richtig ist oder was nicht. Und ich verstehe nicht, warum man nicht einfach die Leute machen lässt, wie sie Bock haben. Angeblich, um dich zu retten, angeblich, dich vor der Hölle zu wahren. Aber Bro, es juckt mich nicht. Lass mich einfach in Ruhe mit deinen komischen, komischen Ansichten, wie ich zu leben habe. Klassiker. Aber auch Horoskopo und Sternzeichen. Auch eine Man... Junge, Manifestation von deinem höheren Ich und Yoga. Warum sind Horoskopo und Sternzeichen... Warum ist das so schlimm? Warum muss man das Leuten verbieten? Manifestation von deinem höheren Ich. Oder sie ihn zumindest schlechtreden und sagen, du bist von Dämonen besessen. Keine Ahnung, was das heißt. Und Yoga. Yoga ist jetzt actually für mich was Neues, dass das was Dämonisches ist. Sie schreibt zu Yoga auch, dass es für Christen sehr gefährlich ist. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Manche Yoga-Posen sehen auch krass dämonisch einfach aus. Manche anderen sehen aus wie Gay-S***. Insofern verstehen wir alle, dass es das dämonisch ist. Aber diese Frau hat auch ein Problem mit der Playlist von vielen von euch. Denn viele Artists sind dämonisch. Musik ist nicht etwas, was dich fragt, um in deine Seele zu dringen. Ganz aktuell Taylor Swift. Wer die Konzerte gesehen hat, gab dort Hexer-Ragion. Also, ihr habt es auch häufiger mitbekommen, dass solche Aussagen gedroppt werden. Ich meine, kann es sein, dass Artists irgendwie so Elemente bei sich einbauen in die Musikvideos oder Sätze droppen, ob sie es jetzt ernst meinen oder auf metaphorischer Ebene. Ich meine, das sagt man ja häufig, so als Sprichwort, ein Pack mit dem Teufel schließen. Habe ich auch häufiger schon in Lyrics gehört von Liedern. Natürlich wird es immer alles sehr, sehr, sehr wörtlich genommen. Rituale. Emilio Vato hat ein neues Lied rausgebracht. Allein das Video ist krass dämonisch. Ich glaube, bei Beyoncé ist es schon lange offensichtlich. Auch die Texte. Manchmal könnte ich mir aber vorstellen, dass es auch mit Absicht solche Sachen mit einbauen. Einfach, um diese Community zu triggern, oder? Allein. Auch Simon Smith. Man muss einfach aufpassen, prüfen, wachsam sein und schauen einfach, was man hört. Also sie warnt vor verschiedenen Künstlern. In einem anderen Video auch vor Kendrick Lamar, weil das halt dämonisch ist oder vom Teufel oder irgendwie so. Und in einem Video zeigt sie auch so ein bisschen ihre Experience, wie es sich anfühlt, wenn sie dann doch mal kurz aus Versehen dämonische Musik hört. Turn it off. Also ich glaube, wenn das die Stimme von Gott ist, die Art und Weise, wie er einem Befehl hat, ist ja richtig unangenehm. Ich glaube, dann wollen manche von euch gerade unartig sein. Also einfach noch so ein paar Befehle bekommen vom Vater. Oder soll ich sagen, Daddy? Also ich habe mir die Stimme von Gott irgendwie anders vorgestellt. Irgendwie so beruhigender. Irgendwie so chilliger. Aber was weiß ich schon, ich höre auch dämonische Musik. Hat sich hier ja nach einem Dämonen angehört, die Stimme. Das Ding ist, ich nehme sie gerade gar nicht in das Video mit rein, weil sie anderen Leuten sagt, dass Taylor Swift vom Teufel ist. Ich bin stattdessen auch sehr aufmerksam geworden, weil sie die Gays auch nicht so nice findet. Hat Gott wirklich gesagt, dass Homosexualität eine Sünde ist? Ja, hat er. Und sie schreibt auch in einem Kommentar zu dem... Warum sind diese Menschen so getriggert davon, dass wie Leute ihr Leben leben? Warum? Real, dass es halt eine Sünde ist und es bleibt eine Sünde. Es hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Homosexuell sein ist eine Sünde und klar, eine Lüge. Das ist jetzt halt einfach ein Beweis dafür, dass man so leben muss. Und das Ding ist, als ich in diese Christen-TikTok-Real-Instagram-Bubble so ein bisschen reingedippt bin, habe ich das viel zu oft gesehen. Also verachtenswerte Aussagen gegenüber Leuten, die halt nicht hetero sind. Die biblischen Werte sagen, Sex gehört exklusiv in die Ehe von Mann und Frau und nur in eine Ehe von Mann und Frau. Also die Frage ist... Ich finde es gefährlich, dass Menschen einfach sich so eine Reichweite gönnen können auf einer Plattform wie TikTok und es an eine extrem unkritische Zuschauerschaft weiter verbreiten können. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auf TikTok das Durchschnittsalter relativ gering ist. Wenn man jung ist, hat man dieses kritische Denken in der Regel noch nicht. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Und hinterfragt vielleicht Dinge nicht, nimmt Sachen einfach so auf, ohne sie zu hinterfragen, lebt danach. Ja, keine Ahnung. Also weiß auch nicht, was man da machen soll. Wirklich so eine richtig geile Lösung dafür gibt es halt nicht, aber umso wichtiger ist, dass es auch Aufklärung gibt, wie von Rezo jetzt hier in diesem Fall. Vor allem, dass es so ein großer Content Creator mal ein Video dazu macht. Video TQ verboten? Ja. Du musst einfach bekennen, dass du ein Sünder bist. Also ich kann mit solchen Menschen überhaupt gar nichts anfangen. Absolut schlimm. Und einfach damit aufhören, schwul oder lesbisch oder bisexuell zu leben. Hör einfach auf damit. Bro, diese Aussagen, Alter. Die letzten beiden Clips habe ich zensiert, weil beide relativ jung aussahen. Der Typ sogar irgendwie wie 13 oder so. Deswegen will ich da jetzt noch nicht zu krass fronten, weil ich glaube, der checkt gar nicht wirklich. Das checkt wirklich. Also, ah, Junge. Was er da sagt. In manchen TikToks wird auch Christen das Christsein aberkannt, wenn sie nicht gegen LGBTQIA plus sind. Und es gibt TikToks, die fangen gut an. Gott will, dass Schwule in die Kirche kommen. Nur um dann zu sagen, yo, die sollen nur zu Gott kommen, damit Gott sie von ihrem sündhaften Homo shit befreien kann. Und sie müssen mit diesem Leben so aufhören. Denn im Himmel ist kein Platz für Sünde. Und ich fand es actually krass, so viele Videos zu sehen, die einfach so krass dagegen haten. Ich wusste nicht, dass das... Ich verstehe es auch überhaupt gar nicht. Also, ich verstehe es überhaupt gar nicht, dass Leute sich so das Recht rausnehmen, solche Sachen zu droppen. ...so weit verbreitet ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich eher in einem christlichen Umfeld aufgewachsen bin, der aufgeklärter und progressiver ist oder so. Ich fand es halt wirklich krass, weil ich viel mehr solche TikToks gesehen habe, als gegenteilige TikToks. Die gibt es zwar auch, die existieren, aber ich habe die persönlich viel seltener gesehen, als diese. Kann ich mir schon gut vorstellen. Vor allem, weil so provokativer, kontroverser Content halt einfach für den Algorithmus viel besser ist. Vor allem, wenn die Leute ihre eigene Haltung, ihre eigenen Wertvorstellungen aufdrücken, aber sie als Tatsachen hinstellen, sodass du das dann vielleicht likest, weil du denkst, okay, der hört sich jetzt schon überzeugt an von seinen Aussagen, speichere ich mir mal ab, damit ich es mir mal gönnen kann, gibst ein Like und dann pusht der Algorithmus, das wird weiter ausgespielt. So ein Quiz, ganz ehrlich, es war jetzt ganz in Ordnung halt, fand ich jetzt nicht schlimm, aber es ist halt einfach langweilig. Ich glaube nicht, dass Leute sich einmal in diese Quizzes gönnen, dann da noch Watchtime reinstecken und dementsprechend unterrepräsentiert sind, die dann wahrscheinlich nicht auch im Algorithmus. ...queerfeindlichen Inhalte. Und das Ding ist, wenn jemand auf die Elevator Boys shootet, weil er Kreuzritter krass findet, dann ist das in erster Linie funny. Das ist lächerlich, das ist zum Lachen so. Irgendwie fühlt sich das für mich nicht so nach einer direkten Gefahr an, sondern es ist eher funny so. Ja, das Problem ist bloß wirklich, dass ich das Gefühl habe, dass auf dieser Plattform extrem viele Menschen mit einem naiven, unkritischen Mindset reingehen. Also ich finde, TikTok hat generell sehr viele negative Seiten. Ich möchte jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil sonst wird sich die Reaction, glaube ich, zwei Stunden lang. Aber ich sehe da wirklich eine große Gefahr drin, vor allem auch bei Wertevorstellungen, die halt wirklich menschenverachtend sind. Beispielsweise haben wir auch schon in der Vergangenheit ein paar Sachen gesehen, die dann so ungefältert an eine besonders junge Zuschauerschaft auch rausgehen einfach an und kontrolliert an irgendwelche Leute, rausgehen an junge Leute, Leute, die das vielleicht nicht richtig bearbeiten können. I don't know. Ich finde es sehr kritisch. Dieses Queerfeindliche empfinde ich anders und deswegen möchte ich darüber jetzt hier nicht nur... Also ich finde beides kritisch, aber ja, das ist halt greifbarer, dieses Queerfeindliche. Deswegen ist das meiner Meinung nach auch kritischer als das andere. Weil verschiedene Befragungen zeigen immer und immer wieder, dass auch in Deutschland viele Millionen Menschen Homosexualität nicht okay finden. Und die Straftaten gegen queere Menschen steigt an. Also nicht jetzt so einmal in einem Jahr oder so, sondern wirklich relativ konstant über viele Jahre auch die Gewaltdelikte. Und vor diesem Hintergrund in so einer Welt dann einfach so leichtfertig TikToks zu machen, wo man sagt, dass so Homosexualität ja eine Sünde ist und vom Teufel eine Lüge und die sollen in die Hölle kommen, weil sie da leiden sollen und die sollen bestraft werden, so wie Hitler und Stalin und die sind nicht okay, wie sie sind und müssen... ein bisschen so belastet, wenn man das so Reveal-Patient ist, dann ist das nicht okay. Wenn man das Problem hat, dass eine bestimmte Personengruppe auf Basis ihrer Sexualität verfolgt, teilweise verprügelt, teilweise auch getötet wird, weil sie nicht okay sind und man dann sagt, die sind nicht okay wegen ihrer... Also ich verstehe bis heute nicht, warum Menschen überhaupt davon getriggert sind, dass andere Menschen ihr Leben so leben, wie sie es halt leben wollen. Und warum ist man da persönlich so angegriffen, getriggert, dass man da so aggressiv reingehen muss? ...sexualität, die sind nicht okay, wie sie sind, dann ist das fucked up. Das ist nicht, oh, eigene Wertevorstellung, das ist nicht tolerierbar. Denn Intoleranz darf nicht toleriert werden, sonst stirbt die Toleranz. Kennt ihr. Und an dieser Stelle habe ich auch gar kein Konter aus der Bibel. Vorhin konnte ich noch sagen, so, yo, Kreuzzüge ist nicht in Jesus Sinne gewesen, so, kann man alles super belegen, easy. Das Ding ist, Queerfeindlichkeit kann man easy aus der Bibel ableiten. Manche leiten das direkt so aus der Schöpfungsgeschichte ab, weil Adam und Eva, ja, die Welt bevölkern sollten, Mann und Frau sollen zusammen Kinder bekommen. Aber es gibt auch Stellen, da steht das viel direkter drin. Da steht zum Beispiel drin, dass das eine Sünde ist und diese Leute getötet werden sollen. Das Ding ist, wisst ihr, wer sonst noch in der Bibel Sünder ist und getötet werden soll? Leute, die Wahrsager abfeiern, deswegen das mit den Horoskopen und Sternzeichen, die sollen erstmal ausgerottet werden. Leute, die fremdgegangen sind, töten. Wenn du mit einer Frau schläfst, die gerade ihre Periode hat, dann sollst du sterben. Sie by the way auch. Grundsätzlich Leute, die andere Religionen ausüben und Opfer bringen. Das sind eine Menge. Störrische Kinder, die sollen auch deinen, aber nicht irgendwie, die sollen von allen Männern der Stadt gesteinigt werden. Ich weiß nicht mal, wie das organisatorisch möglich ist. Frauen, die keine Jungfrauen mehr sind, wenn sie in die Ehe gehen, töten. Generell sollen alle getötet werden, die sonntags arbeiten, also weiß ich nicht, Polizisten, Krankenpfleger, eine Menge. Und teilweise steht in der Bibel auch, dass einfach unschuldige Leute sterben sollen. Also zum Beispiel so Kinder und Säuglinge oder auch so wie neu. Also das ist genau das, was ich meine. Man muss sich mal überlegen, von wem die Bibel geschrieben wurde. Also, selbst wenn das jetzt, wenn jemand jetzt sagt, es wurde von Gottes Gesandten oder von persönlich geschrieben, es wurde letzten Endes von Menschen geschrieben, die in irgendeiner komplett anderen Zeit gelebt hatten, unter komplett unteren Umständen, komplett andere Wertevorstellungen, komplett andere Geschichte in ihrem Leben, was sie für Erfahrungen gesammelt haben. Und dann werden diese Sätze hier einfach genommen, diese alten Sätze, die schon seit x Jahren da stehen und eins zu eins so übernommen. Null hinterfragt. Also das finde ich wirklich sehr schlimm, vor allem, wenn die dann als Legitimation für ihre eigenen menschenverachteten Taten hergenommen werden. Nordkorea, dieses Ding, wo du über mehrere Generationen so eine Familie bestrafst. Und das sind jetzt nur so die Parts, wo Leute einfach getötet werden sollen. Es steht aber auch einfach Random Shit in der Bibel, dass du keine Kleidung tragen darfst, in der zwei verschiedene Stoffe drin sind. Frauen sollen nicht in der Gemeinde reden. Man soll den Bart nicht stutzen. Als Mann darf man keine langen Haare tragen. Man darf keine Schalentiere essen. Und an einer Stelle steht auch, wenn du ein Mann bist und Single, dann sollst du dir keine Frau suchen, sondern Single bleiben. So, ich kürze das mal hier ab. Warum erzähle ich das gerade? Warum habe ich das aufgelistet? Nicht, um zu zeigen, dass das Christentum ein absoluter Psychopathenverein ist. Denn das wären die ja nur genau dann, wenn die an jeden Satz in der Bibel glauben und danach leben würden. Dann... Problem ist, es gibt tatsächlich leider Menschen, die das so machen. Wären die fucked up. Ja, das stimmt. Das Ding ist, das macht halt fast kein Christ. Jeder Christ, den ich kenne, sagt bei einzelnen Sätzen in der Bibel... Da bin ich echt dankbar drüber, dass das heutzutage von den meisten äußerst differenziert betrachtet wird und nicht so fundamentalistisch ausgelebt wird. Ja, so wie das da steht... Nee, lass mal. Und das machen die random. Die sagen nicht einfach, ich würfel welchen Satz ich ernst nehme und welchen nicht. Sondern die haben da hauptsächlich drei Begründungen für. Nummer eins ist, das ist einfach Quatsch, was da steht. Denn jeder informierte Christ weiß, die Bibel ist nicht direkt Gottes Wort, sondern mindestens Gottes Wort in Menschen Wort. Das heißt, Menschen haben das geschrieben, die ihrem Zeitgeist unterlegen waren, die dem kulturellen Wertevorstellung der damaligen Zeit unterlegen waren, die auch dementsprechend Vorurteile und so hatten. Die haben das geschrieben. Kann da was schief gehen? Ja. Okay, die zweite Begründung, warum Christen sagen, dass sie nicht daran glauben, was da so steht, ist, dass Jesus teilweise manche Regeln überschrieben slash ausgehebelt hat. Also manche Christen sagen, dass Jesus gekommen ist und deswegen gemacht hat, dass man manche Regeln, die in der Bibel stehen, jetzt nicht mehr so befolgen braucht. Die dritte Begründung, weshalb Christen sagen, dass sie nicht daran so glauben, wie es da steht, ist, indem sie einfach sagen, ich glaube, das ist anders gemeint. Und das ist so der Go-To. Das ist so auf einer metaphorischen Ebene. Das könnte ich mir auch eher vorstellen. ...weg für die Leute, die sich bibeltreu nennen. Also die sozusagen sagen, ich glaube an 100% in der Bibel. Dann hast du ja erstmal ein Problem, weil da viele Regeln sind, an die du dich nicht hältst. Und dann sagst du einfach, nee, die Regeln bedeuten alle was anderes. Also als Frau sagst du zum Beispiel, hm, da steht zwar, die Frau darf in der Gemeinde nicht reden, aber ich gucke mal in den Originaltext und das Wort kann man auch so übersetzen und vielleicht ist mit Reden nur Predigen gemeint. Und wenn sie dann trotzdem TikToks machen, in denen sie über Glauben predigen, dann sagen sie, ja, aber das ist ein anderes Predigen als das, was da drin gemeint ist. Ich glaube, das ist alles anders gemeint. Ich bin bibeltreu. Fertig. Das heißt, wenn du basically die Bedeutung von allem so ein bisschen drehst und wendest, dann kannst du dir immer noch einreden, dass du an alles zu 100% in der Bibel glaubst. Das waren die drei Wege, weshalb Christen... Das hört sich einfach richtig stressig an. Nicht exakt das Glauben, was da so steht in der Bibel. So, mein Punkt ist, normale Christen glauben nicht an jeden Satz exakt so, wie er in der Bibel steht. Und die benutzen dafür diese drei Begründungen, die ich gerade angeführt habe. Und diese Gay-Stellen in der Bibel, die kann man auch sehr leicht mit diesen drei Begründungen aushebeln. Sogar easy auf eine bibeltreue Art anders interpretieren. Deswegen lasse ich es nicht als Argument stehen, wenn jemand sagt, ja, das und das und das und das, das interpretiere ich anders, aber das bei dem Gay-Shit, das nehme ich genauso wörtlich, wie es da steht. Nee, die Begründung zählt nicht. Bei allem kann man flexibel interpretieren, wenn es darum geht, ob du zum Beispiel in der Gemeinde reden kannst, aber plötzlich kannst du es nicht mehr? Nee. Du kannst Christ sein und Queerfeindlichkeit aus der Bibel ableiten und du kannst Christ sein und nicht Queerfeindlichkeit aus der Bibel ableiten. Es ist deine Entscheidung, es ist deine Wahl. Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Jeder Mensch entscheidet, an welche Art von Gott man glauben möchte. Wenn man sich so umguckt, dann gibt es ja nicht den einen christlichen Gott genauso wenig, wie es den einen jüdischen Gott oder den einen islamischen Gott gibt. Mitglieder von Religionen sind ja keine gleichgeschalteten Roboter wie so eine Schwarmintelligenz, die alle dasselbe denken und nicken. Das sind ganz individuelle Leute, die auf ihrer Sinnsuche diese Texte teilweise ganz unterschiedlich interpretieren und deswegen auch an verschiedene Versionen von einem Gott glauben. Das heißt, du entscheidest dich ja, welches Bild von Gott du hast. Und wenn du... Also auch nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich habe nichts grundsätzlich gegen Religion. Ich finde, Religion kann sogar ein richtig nices Thema, nice Vorstellung sein, wenn es einem persönlich hilft, mit Erfahrungen, Erlebnissen besser klar zu kommen, wenn es einem persönlich Kraft spendet, wenn es einem hilft, besser durchs Leben zu kommen, ist es ja auch absolut fein. Ich finde es bloß dann kritisch, wenn man versucht, so kritische Aussagen rauszulesen und sie dann auch anderen aufzwängt. Vor allem immer mit so einem komischen Belehrungston, dass... Ihr wisst, was ich meine. Also, dass du halt einfach nicht in die Hölle kommst, wenn du nicht dran glaubst und das machst, was die anderen dir sagen. Nee. Also, darauf lasse ich mich auch einfach nicht ein. Wenn du dich bei dieser großen Freiheit entscheidest, an einen Gott zu glauben, der andere Menschen auf Basis ihrer Sexualität, ihrem Geschlecht, ihrem Aussehen, ihrer Herkunft, ihrer Religion, was auch immer, einen anderen Wert gibt oder sagt, dass sie deswegen nicht okay sind, wie sie sind, dann fäng dich und fäng deinen Gott. Und wenn jetzt irgendjemand Schnappatmung bekommt und sich denkt, oh, scheiße, der hat Gott beleidigt. Wer sich mit seiner Religion in den intimsten, privatesten, persönlichsten Teil von anderen Menschen ungefragt einmischen will und sie deswegen aufs Schärfste verurteilen will, der darf nicht Spielstopp rufen, wenn eine Reaktion kommt. Wenn du selbst deinen Gott als intoleranten, unsympathischen Kekko beschreibst, dann werden Leute ihn als genau das wahrnehmen. Und ganz kurz, an die anderen Leute, die an einen Gott glauben, der nicht rassistisch, nicht sexistisch, nicht Queerfeindlichkeit und so weiter ist. Ganz egal jetzt, aus welcher Religion. Schön, dass es euch gibt. Und das Ding ist, die gibt es ja auch. Als ich in dieser Christen-TikTok-Bubble unterwegs war, habe ich auch viele davon gesehen, die einfach positiv ihren Glauben feiern. Und es gibt so vieles Nices, worauf man sich fokussieren kann. Christliche Songs sind teilweise krasse Banger. Und wenn die dann auf TikTok gezeigt werden, teilweise viral gehen, weil es einfach einen nicen Vibe hat, dann ist das doch was Schönes. Oder es gibt Leute, die über persönliche Themen reden, so wie Dating als Christ. Und das ist doch auch nice. Oder die lustige christliche Sketche machen, weil man das halt auf TikTok so macht. Oder die, weiß ich nicht, eine Quizshow machen. Oder die irgendwie so Call mit Jesus machen. Oder so. Das sind doch alles coole Sachen, wie man irgendwie in der heutigen Zeit Christentum Leuten näher bringen kann. Oder schließlich auch einfach Leute, die von ihren eigenen Erfahrungen mit ihrem Glauben und mit ihrer Religion sprechen. Das ist doch was Schönes. Und wie vorhin gesagt, gibt es natürlich auch Christen, die sich ganz klar gegen Queerfeindlichkeit aussprechen. Ich habe davon, finde ich, leider zu wenig gefunden. Aber es gibt sie. Und ich finde, so Content bringt doch viel mehr. Religion sollte doch was sein, wo man irgendwie bei der eigenen Sinnsuche weiterkommt im Leben. Wo man irgendwie Glück findet. Es sollte einfach persönlich einem weiterbringen für seine persönliche Entwicklung, für sein persönliches Wohle empfinden. Und wenn es einen glücklich macht, dann ist es ja auch absolut fein. Wirklich. Wo man besserer Mensch wird, wo man Nächstenlieben mehr auslebt und so weiter. Religion sollte aber nicht dafür da sein, anderen Leuten, die man nicht mehr... Ja, irgendeinen Hass zu schüren oder andere Leute zu diskriminieren. Also ich gebe da Rizzo absolut recht. Ihr intimstes, persönlichstes Privatleben vorschreiben zu wollen und sie dafür zu fronten, dass sie es nicht so leben wie du. Ich glaube wirklich nicht, dass Jesus was gegen Bisexuelle oder Homosexuelle oder whatever hatte. Digga, ich bin nicht mal richtig gläubig, aber ich scheine mehr Respekt vor Jesus und vor Gott zu haben als viele Christen. Weil ich glaube, dass die cooler sind als das. Gott segne euch. Bis dann. Also ich fand, das war ein sehr gutes Video von Rizzo. Eigentlich stimme ich auch mit fast eigentlich allem über allem, was er gesagt hat. Also mir ist jetzt nichts im Kopf geblieben, wo ich widersprechen würde. Lasst ihm auf jeden Fall den kostenlosen Abo auf YouTube da. Lasst mir auch gerne ein kostenloses Abo auf YouTube da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Würde mich sehr freuen.